Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Zelda Majora's Mask. Wir gehen jetzt direkt in den Sumpf, nachdem wir hier in der Stadt und außerhalb auf der Ebene so ein bisschen ein Dutzend Sidequests erledigt haben. Wird es jetzt mal Zeit, uns nach Süden zu begeben und zu schauen, was es dort im Sumpfgebiet so alles gibt, was es damit auf sich hat. Und da vorne auf diesem Baum sieht man schon eine Zeichnung. Was hat es damit auf sich? Oh, ich kenne diese Zeichnung. Taylor und ich haben das zusammen mit dem Order Kit gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden geschnitten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Schnellen Sie sich nicht mehr so weit, wenn sie nicht mehr so weit kommen. Musik 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 Oh, ist das nicht süß. Oh, ist das nicht süß. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Steiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte, dann passierten ganz viele schlimme Dinge. Auch lustig, wenn man die Zeichnung schlägt, kommen einfach drei Rubine raus. Ja, so ein bisschen Backstory zum Horror-Kit. Da kommt auch noch mehr. Keine Sorge, das kann ich euch schon mal sagen. So, und das hier ist noch nicht der Sumpf. Das ist noch so ein kleines Vorgebiet hier. Hier gibt es so ein Loch. Da ist aber nicht viel. Nur ein paar Dekoranas und eine Kiste mit 20 Rubinen. Ja, gut. Und von denen hier müssten wir auch unsere ersten Dekostäbe kriegen, nicht wahr? Mhm. Sind die ersten. So, du kannst maximal zehn Stück. Mit dir führen. So. Dekonüsse auch noch ein paar Stück. Wieso nicht? So, in die Richtung geht es dann zum richtigen Sumpf. Da ist auch Tingle, der... Da weiß ich nicht, ob der irgendwelche Karten hat, die wir noch nicht haben. So, und hier zum Sumpf-Schießstand. Kann ich auch mal kurz gucken. Hier gibt es zwar noch nichts zu tun für uns. Aber mal kurz gucken, kann man ja machen. Bitte bedienen Sie sich an unserem freshen Quellwasser-Sumpf-Info-Center. Ah, Fledermaus, komm her. Okay, egal. Ja, und hier ist halt diese Schießbude. Aber ich habe noch nichts zum Schießen, außer als Deko diese Blasen. Aber damit kann man hier leider nicht spielen. Also, schauen wir da später nochmal vorbei. Aber der Baum hier ist ganz interessant. Denn, Moment, da kommen erst mal die ganzen Fledermäuse zu uns. Und da sitzt auch eine da ganz oben. Und vielleicht hat man es schon gesehen, da oben ist auch ein Herzteil auf dem Baum. Da sollte man aber auf jeden Fall zuerst die ganzen, ah, Fledermäuse killen. Weil die einen sonst sehr, sehr wahrscheinlich... Ach, scheiße, ähm... Ja, runterwerfen, wenn man versucht, hochzuklettern. Ah, ups. Und die eine Fledermaus da oben... Die muss man als Deko runterballern. Weil die bewegt sich nicht von der Stelle. So. Zack, okay, gut. Und wenn ich jetzt keine übersehen habe, sollte ich... ...easy ans Herzteil kommen. Ja, gut. Ah, der Mond da oben rechts, habt ihr es gesehen. Creepy as fuck. Gut, äh, drei Teile haben wir jetzt. Ist ja nice. Ah, voll, viele Blätter. So, ein Tingle. Weiß nicht. Der hat auf jeden Fall die Karte vom Sumpf selbst, aber die haben wir schon. Ansonsten hat er eventuell... ...entweder die Karte von der Ranch, die wir aber auch schon haben, oder vom nächsten Gebiet. Die Frage ist, ob wir uns die leisten können. Mit 25 eher nicht. Okay, tatsächlich vom nächsten Gebiet, vom Pikki Bern, ja. Aber ja. Leider nicht genug Geld. Vielleicht, wenn ich es gleich habe, dann gehe ich nochmal zurück zu Tingle. Aber momentan geht es leider nicht. So. ...zümpfe des Vergessens. Warte, wie heißt denn den nochmal? Ich habe es vergessen. Oh, 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 oh. Na gut. Äh. So, da hinten erstmal die Eulenstatue aktivieren. Das haben wir schon mal geschafft. War nicht so schwer. So, hier ist eine Fee, bringt mir aber nichts, denn ich habe weder eine Flasche, noch fehlen mir irgendwie Herzen. So, hier ist das Sumpf-Info-Center. Ich werde auch hier mal kurz das Gras wegschneiden. Mann. In der Hoffnung, dass ich... Ja, gut. Ähm, 40 Urine bekommen. ...leide nicht. Und... Ah, Moment. Man hat es auch gerade schon gesehen. Da oben ist auch ein Herzteil auf dem Dach. Könnte ich mir schon holen, aber ich mache das später. Weil wenn ich es mir jetzt holen würde, würde es... ...einfach später im Nachhinein viel zu umständlich werden. Deswegen lasse ich mir mal damit Zeit. Äh, was ist mit dir? Ja, danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Dekos, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem belebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Hm, ja. Ich habe leider nichts für dich. Ja, du hast mein Problem nicht verstanden. Doch, habe ich schon verstanden, aber ich kann dir nicht helfen. So, das Infocenter. Erstmal hier kurz gucken, was steht hier? Kann ich das lesen? Wieso kann ich das nicht lesen? Mann, egal. Kuhmes Bootsfahrtenbüro derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Okay, und du? Boah, alter, der ist ja voll beharrt. Der ist ja noch beharrter als im Original-Spiel. Verflucht, wo ist er bloß? Dieses verhöhnte Balk schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters sagt gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, willkommen. Zeigen wir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Ähm, was? Oh, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probier es aus. Und hier ist aber keiner und ich habe keine Kamera. Äh, naja. Warte mal, was... Was sagt er eigentlich, wenn man als Deko mit ihm spricht? Ey. Oh, zum Fotowettbewerb sind leider nur Menschen zu gelassen. Nur mir leid. Naja. Rassismus pur. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ähm... So, hier geht's auch noch durch, aber da ist ein Octorok im Weg. Der uns verschlingt, wenn wir ihm zu nah kommen. Also... Der Weg ist keine Option. Also springen wir mal hier zwischen den... Blättern entlang. Das ist halt so eine coole... Fähigkeit vom Deko. Der ist halt in fast allen Aspekten schlechter als der menschliche Link, aber das ist ganz cool. Ja. Wobei das später... Auch nicht mehr relevant ist. Diese Fähigkeit. Zum Magieladen zur alten Schachtel. Okay. Ah, die Korana. Ich glaube, mit dem Schwert da zu kämpfen ist ein bisschen... Effektiver. Naja, wobei... Eher weniger. So, hier ist der Magieladen. Zur alten Schachtel. Und... Ah, da gibt's ja auch was. Da hab ich mich immer gefragt, warum. Ja. Nämlich da hinten, die Leiter. Da oben. Ich hab mich immer gefragt, warum ist da eine Leiter? Wie kommt man da hoch? Was bringt die? Aber die Wahrheit ist, die ist halt einfach... Nur Deko. Da kommt man jetzt außer mit Cheats nicht hoch und... Ja. Die ist einfach nur da. Ohne Grund. So, äh, äh, reden. Und was hast du hier so zur Auswahl? Blaues Elixier, 60 Urbine. Leider hab ich gerade nicht passenden Zutaten auf Lager. Daher ist dieser Artikel gerade nicht lieferbar. Grünes Elixier für 10 und rotes Elixier für 20. Da find ich's halt ein bisschen doof, dass die... Dass die halt keine Farbe haben. Wobei mir da jetzt auch zum ersten Mal auffällt, dass die Verzierungen auf den Flaschen je nach Elixier anders ist. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Hm, krass. Ah ja, Moment. Hier ist auch noch was. Das hab ich als Kind irgendwie öfters mal gemacht, wenn mir langweilig war. Nämlich bin ich von hier einfach in so einen Topf da reingesprungen. Ähm, ah, jawoll. Ja, und dann, äh, weiß nicht, hab ich mich in eine Deko verwandelt und dann ist er einfach komplett versunken. Das hab ich so oft gemacht, ich weiß es einfach noch. Obwohl das so viele Jahre her ist. Ach ja, schönes Spiel. Na gut, hier sind die Wälder. Wälder der Mysterien. Vorsicht, gefährliche Schildkröten. Okay. Und die Wälder der Mysterien sind im Prinzip, äh, ne Kopie von den verlorenen Wäldern. Hm, tu mir folgen. Also jetzt nicht Kopie im Sinne von, die Wege sind genau die gleichen, sondern halt, dass wenn man den falschen Weg geht, dass man wieder zum Anfang kommt. Und sonst gibt's halt so einen festgelegten Weg, der sich aber, glaub ich, je nach Tag unterscheidet. Also, am ersten Tag ist er anders als am zweiten. Hab ich zumindest mal gehört. Und ich glaub, das hab ich auch mal so... ...selbst, ähm, erlebt. Und ja, eigentlich ganz easy, einfach dem Affen folgen. Und den Schildkröten ausweichen. Ist auch schon geschafft. Au, 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 hilf mir. Äh, wie denn? Ich hab gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrückst eins überge... ...übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kit hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen. Äh, au, au, wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde. Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du, hast du denn nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Äh, ich muss dich enttäuschen. Ich hab jetzt nicht so viel Zeug, deswegen nö. Äh, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Was geb ich denn vor? Äh. Ich hab nichts gesagt. Na gut, dann erzählen wir mal ihrer Schwester, was da passiert ist. Hauptsache das Horror-Kit wieder. Das hat irgendwie in so kurzer Zeit so vielen Leuten irgendwas angetan. Also die Macht von Majora's Maske ist nicht zu unterschätzen. So. Willkommen, ja, ja, ja. Äh, wie, was? Das Horror-Kit hat Kubebegetan? Das ist doch lächerlich. Das Horror-Kit würde ihr doch niemals ernsthaft schaden. Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr diesen Tank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Du hast ein graues Elixier erhalten. Oh Mann. Oh, das Rot-Elixier. Ich dann deine Energie wieder her. Ja. Und das ist jetzt auch die erste leere Flasche. Wenn das Elixier halt weg ist. Und Majora's Mask ist das Spiel. Oder? Ja, doch, doch, doch. Ist das Spiel mit den meisten leeren Flaschen. Und zwar sechs Stück. Also Moment, das kann man jetzt auch schon, ähm, ja, hier sehen. Weil hier diese ganze Reihe, hier unten, sind alles Flaschen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es sind zwar eigentlich viel zu viele, also ich habe mich nie in einer Situation gefunden, wo ich mir dachte, oh, jetzt brauche ich sechs Flaschen mit blauem Elixier oder mit Feen. Ich meine, das Spiel ist schwer, aber nicht so schwer. Aber ist halt, ist halt trotzdem, ähm, ganz nett, dass man damit noch ein paar Sachen mehr zum Sammeln hat. Aber ich will nur noch mehr zum Sammeln, aber ich werde nicht so snuschen. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ich bin nicht dazu verpflichtet, deiner armen alten Hexe zu helfen. Red Elixir. Bitteschön. Ah, die Farbe, der Duft. Das ist eindeutig Potakis. Ah, ich fühle die Energie in mir. Kume ist wieder da. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte die Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast die gerade eben eine Freifahrt verdient. Ehehehe. Ist doch geil. Einfach mal den Besen hergezaubert. Hallo, was ist mit euch los? Du seien sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Summen seien vollen giftigem, voller giftigem Wasser. Tempel über Wasserfall, komisch. Bruder, geh zu Tempel. Aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deko. Bruder von Deko gefangen. Jetzt seien im Palast. Hilfe! Ich finde die Affen ja so niedlich. Komm, diese Sounds, die sie machen, wenn sie hüpfen. Ich kann das gar nicht nachmachen. Was auch witzig ist, wenn ich die jetzt hier verfolge mit den Hasenohren, weil sonst ist man zu langsam. Dann laufen die hier lang und sind auf einmal weg. Ach ja. So, äh, ja, bei Kume gibt's, äh, bei Kotake meine ich, gibt's jetzt eh nix mehr. Also gehen wir einfach mal so weiter, würde ich sagen, weil ich mein, ja, komm, ich schau auch mal hier vorbei, in die Richtung ganz kurz. Um das halt zu zeigen, was es hier gibt. Aber ich glaub, sehr weit kommt man da ohnehin nicht. Hier ist halt hier nochmal so ein neues Gebiet. Das war so ein Schild. Zum Deku-Palast. Vorsicht vor den Oktoluchs. Ach, da vorne ist nämlich gleich noch so einer. Und hier ist ein Frosch. Der genau zu mir guckt. Und da vorne ein blauer Rubin. Hohle ich mir einfach mal. Nein. Alter. Äh, wieso nicht, wollte ich sagen. Ah, zwei sogar. Moment, jetzt hab ich. Ich hab mit dem zwei blauen hier jetzt 39 Rubine. Wenn ich jetzt noch einen bekomme, dann kann ich mir die Karte vom Piki-Bernier holen, von Dingle. Ganz knapp alles zusammen sammeln. Das ganze Geld. So, ganz präzise Sprünge hier am Start. Ja, ich, ähm... lege einfach mal meine Hoffnung in die Büsche hier vorne. Da werde ich schon einen Rubin rausbekommen. Wäre sonst sehr, sehr, sehr fies vom Spiel. Ah, nicht heben. Das dauert viel zu lang. Okay, gut. Dann kurz nochmal hier. Zu tingeln. Warum ist hier eigentlich eine Dekoblume? Ich, äh... Da hab ich auch den Sinn nie verstanden. Der Mond, alter. Dieses Gesicht ist so... Hier im Textstoffwerk finde ich noch ein bisschen hässlicher als sonst. Der blickt einfach in deine Seele. Ah, hallo, Herr Feeel. Piki-Bernier, hurra! Mit ihrer Hilfe findest du dich in den Bergen besser zurecht. Jederzeit breit. Der Geld täglich um ein paar. So, und hier, jetzt ist auch die Karte schon fast voll aufgedeckt. Eigentlich voll krass. Wir sind hier gerade mal ins erste Gebiet gekommen und uns fehlt nur noch... Ja, eine Karte. Das ist Geisteskampf. So, Hasenohr aufsetzen. Ich hab grad so überlegt, soll ich die Fee, die bei der Eulenstatue auftaucht, vielleicht in die Flasche geben, aber... Nö. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Vor allem, ich brauch die nachher noch, deswegen... Ja, lieber nicht. Ähm, ich werde jetzt hier aber vor der Bootsfahrt von der Kume, die hier so rausglotzt, ähm, den Part beenden und... Vielen Dank fürs Zusehen mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020